Hey, Jared, oh da, ich. Jared! Wo bist du? Ich seh dich nicht. Jared! Really, nigga? Was geht ab? Ich bin Alex von Monkey Punch und heute haben wir mal wieder einen freien Tag und wir haben jetzt fast 15 Uhr und ich hab nichts gemacht. Geil! Auf jeden Fall, gleich kommt ein Kumpel vorbei. Wir wollten ein kleines Shooting machen. Der hat eine Klamottenlinie oder sowas rausgebracht. Er braucht da wohl ein paar Fotos. Hab mich gefragt, hab ich gesagt, klar, natürlich, machen wir. Ja, kein Ding. Model und so. Ja, auf jeden Fall muss ich mich jetzt erstmal kurz duschen gehen und dann müsste der auch gleich schon kommen. Okay. Hey! Hallo! So, wir sind jetzt hier am Rheinauhafen, ist das Rheinauhafen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall an den Kranhäusern. Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich hab Angst. So schön. Tolles Wetter. Die Musik und die Musik. Was ist es? Was ist das? Was ist das sexy? Drama, Baby. Babarazzi! Scheiß Babarazzi! Fertig, jetzt wird gegessen. Ja, Parkschein holen wir auf jeden Fall. Ja, meistens lohnt sich das nicht in Köln. Habt ihr gehört, meistens lohnt sich das nicht in Köln. Weil 15 Euro, Kinder, kostet eine Knolle. 15 Euro kostet eine Knolle, da könnt ihr auch direkt einfach gar nicht parken. Mitten auf der Straße. Ja. 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 Ja.